Hallo zusammen und alle ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Wissenstransfer. Diesmal zum Thema Intensitätstechniken. Intensitätstechniken sind, wie es der Name schon sagt, Techniken und Möglichkeiten, euer Training noch intensiver zu gestalten und so natürlich langfristig mehr Fortschritte zu erreichen. Let's go! Rest-Pause. Mach zuerst einen regulären Satz an 8-12 Wiederholungen. Dann machst du eine Pause von 20 Sekunden. Und dann machst du nochmals 1-3 Wiederholungen bis das Muskelversagen ausführen. Supersatz. Beim Supersatz werden zwei Übungen für die gleiche Muskelgruppe ohne Pause direkt hintereinander ausgeführt. Wähle aus der ersten Übung eine mehrgelenkige und aus der zweiten Übung eine Isolationsübung. Superslow. Führe die Übung super langsam aus. Also Konzentrik wie die Exzentrik je an 5-10 Sekunden. Vorermüdung. Vorermüdung. Führe vor der Hauptübung eine Isolationsübung für die Zielmuskulatur aus. Reduktionssatz. Das Gewicht nach jedem Satz reduziert. Bis nach 3-4 Sätzen nur noch 3-4 Wiederholungen möglich sind. Wir hoffen dieses Video hat euch ein paar neue Inputs geben. Wenn ja, lasst uns doch wissen in Form eines Like oder kurzen Feedback. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Training und bis zum nächsten Rüssenstransfer. าน, dann Montag. Bis zum nächsten Rüssenstransfer. 1 Tut461